Du hast das alles schon so oft gehört. Sag einfach ja. Oder jetzt besser nicht. Gib ihnen dies, gib ihnen jenes. Bring ihnen bei, die Dinge auf traditionelle Weise zu tun. Bring ihnen bei, die Dinge auf ihre Art zu tun. Hilf ihnen dabei, ihr Bestes zu geben. Lass sie selbst entscheiden, wie weit sie gehen wollen. Begrenze die Bildschirmzeit. Oder lass sie grenzenlos neugierig sein. Du kannst alle Erziehungsratschläge befolgen. Oder keinen. Solange ihr es irgendwie hinbekommt. Gemeinsam. Triptrap gibt Kindern seit 1972 einen Platz am Tisch. Wir feiern 50 Jahre Triptrap. Der Stuhl, der mit dem Kind wächst. Stocke. Here we grow.